hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute eine kleine runde iowa eingesendet von nico ehc aka captain fouletier der name scheint programm zu sein er spielt mit seiner iowa dem 9er schlachtschiff der amerikaner aus dem feuchungsbaum in einer division zusammen mit dem schwesternschiff der missouri und dem t-bricks der isle asuma da hat er mit geld gehabt die isle asuma da fährt sie wunderschön sieben acht neuner flugzeugträger kein ubo zwei dds vier kreuzer fünf schlachtschiff eigentlich optimale optimale voraussetzungen fünf flugzeuge runter ap ist geladen ap fliegt auf eine nagato eine punkt ist auch wenn man keine cap punkte hat mit dieser komischen tage kann man denn so im gegner team marken polo musashi im gegner team das heißt muss sich wird außerhalb des kartenrandes gefühlt so nico ich habe außerdem dein versprechen gehalten und habe mein versprechen gehalten und habe es jetzt doch noch schnell geschafft deine dein replay hochzuladen ich hoffe du freust dich darüber dann musst du aber auch mal was ordentliches jetzt hier raushauen auf geht's möge die macht mit dir sein auf 11 kilometer kommt aber nicht ran oh nix optimal sie steht zu blöd hinter der insel kommt er nicht ran ne nelson berg berg beschuss beschuss unmöglich wenn die nelson wunderbar für dich steht die nagato nico was du denn da es geht alles gegen den Berg also das war jetzt unnötig wenn da ein Bergwarnsymbol ist geht das auch alles du weißt doch ungefähr die Schussellipse der Berg schießt auf jeden fall nicht mehr zurück den hat er erledigt tk3 kaka whitehawks congratulation fastblood er kriegt aber gerade bitterböse auf die zähne in den die leute nicht angehört das sind so viele ziele da ist noch 14 da ist so viel und du konzentri... ja die konzentration die konzentration naja haupt darauf ein zerstörer schießen du bist kein kreuzer... ja doch ganz schön damage gemacht... kaka kaka guck mal da ist auf der linken seite eine fitchi das sehe ich obwohl ich mich nicht frei bewegen kann kaka um den dd kümmert sich schon der andere dd hey 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 na wie gut dass ich in dem mensch nicht vorbei war kaka 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 erstmal schön bereit seite von der silo kaka firma ne s so langsam entwickelnsicht zur abschlachtrunde w n Das war's. Ich hätte das so schön beschießen können. Nächste Breitse Musashi. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Oh, die gehen super mit den Eintreffern in der Zitadelle, yay. Und Nagato weg. Missouri hat die... wird gefinisht. Komplett überrannt auf der Seite. Komplett überrannt auf der Seite. Oh, die Al da Suha ist schon draußen. Wann sind die gestorben? Oh, die Al da Suha ist schon draußen. Jetzt kannst du schön der Musashi schön in die Seite kloppen. Warten hier auf die anderen. Wunderschöne Bündelung auf 10 km. Abpraller. Treffer am Träpidogru. Nicht durchschlagen und doppeldurchschlag. Ok. Ja. wer kennt es nicht, diese super stark breit stehenden gepanzerten Musashi 8 Kilometer das ist doch schon eher mal ein größeres Kaliber die Musashi checkt aber auch so gar nix, gell kriegt nicht mal die Haarlem weg Glück im Unglück Glück im Unglück gehabt, dass die Murmeln jetzt vor und hinter dem Schiff eingeschlagen sind hat so ein bisschen was von den Firmen Battlechips gehabt eben also löschen tust du auch viel zu früh ich bin Reparaturmanschau 27.000 ohne Zitadelle 27.000 ohne Zitadelle oh, sonst kommt ah, passiert nix die Haarlem hat noch runtergepfattelt immer die HAI schießen in Schlachtschiffe oh, schön gesehen, dass er eindreht jetzt seid ihr hier aber jetzt seid ihr hier aber jetzt seid ihr hier aber wirklich im aua ja hättest du den ersten Brand durchticken lassen hättest du jetzt heilen können so ein unterstützer 136.000 Ah, die Brandbomben der Haarlem. Und da kommen auch noch die Flugzeugtapetus. Aua, nicht heilen, nicht heilen, nicht heilen. Warte, bis sie eingeschwagert sind. Heilen, spiel, durchgucken. Da ist auch eine Marco Polo. Die fängt gleich in dein Sichtfeld. Was gehst du denn hin? Da, Marco Polo, heilen, Marco. Ist der gerade nicht im Game? Schulter an Schulter. Wie viele Kills hat die Missouri jetzt gemacht? Diese Rumor sind fünf, sind sechs Kills im Moment. Alter. Garlauf. Alter, das ist ja ein Herzinfarkt hier. Das ist ja ein Herzinfarkt. Da ist sie. Guckuck. Bin ich denn der Schlag? 98.000. Alter. Schöne Runde. 200.000. Bis jetzt. Die Missouri hustet. Ne. Vorher war durchgecappt. Vorher war durchgecappt. So, was haben wir? 200.000 Schaden. Sechs Zitadellen. 14.000 EP. 500. 500. 300.000. Ha. Ist okay. Kann man mal so machen. Generaloffensive. Unterstützer. Stoßtrupp. Schulter an Schulter. Dreadnought. Großkaliber. Passt doch. Passt doch. 2446 Kunde EP. Kann man mal machen. Muss man nicht machen. Schön gemacht. Ich hätte gerne noch die andere Auswertung gehabt. Aber. Ich habe es jetzt halt schnell gemacht. Weil morgen kommt das Update. Da kann ich die Datei nicht mehr verwerten. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dieses kleine Match. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Euer Eis. Tschüss.